Hallo Schubere Freunde, ich bin bei der Klaubegecken Manuel. Heute ein Thema mit den Nachwuchs, wie groß sie geworden sind. Ein Pärchen hat überlebt von diesen Kindern und ich zeig mal eben. Viel Spaß. Hier finde ich die kleine Rackers. Und da. Und da. Da, genau da. Das Pärchen haben wir den Nachwuchs, sehen etwa so aus. Und die sind nicht was so größer. Und die sind auch richtig körperballen geworden. Weil die fressen. Einen von die auch. Ja, wie sagt man schon. Nur die stärksten überleben. Ja, so ist es mit die Wasche. Nur die stärksten überleben. Ja, so versteckt ihr eigentlich mal von mir. Der eine ist schon kräftiger aus. Ich lasse einen kleinen Geschwistern. Dahinter Pflanzen sind die noch versteckt. Der Kompelsch lamp. Da. Warte. Meißen sollen da mal eine Pflanze. So. Und. Schluss jetzt. Mit der Aufnahme meinte ich. Und. Wie ihr vorhin gemacht. Kleine kurze Aufnahme für meine Wasche. Nicht vergessen. Abonnieren. Weitere Befehlen. Und. Ich sag schon mal. Tschüss. Euer Kleiner. Manuel. Ciao. 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 Ciao.